Musik Gemeinsam geht es besser. Dies ist das Motto meiner Bewerbung für die Bürgermeisterware. Im Märchenwaldgelände in der Wildenstraße Nord wollen wir zusammen mit vielen Beteiligten eine Seniorenwohngenossenschaft für zu 27 Wohneinheiten verhelfen. Wir wollen eine Kindertagesstätte schaffen und wir wollen echten, bezahlbaren Wohnrahmen vom Geschosswohnungsbau unterstützen und fördern. Dieses Projekt an der Wildenstraße Nord, dem ehemaligen Märchenwaldgelände, wird eines der zentralen Projekte der nächsten Legislaturperiode im Gemeinderat werden. Liebe Grafvaterinnen und Grafvater, unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme bei der Bürgermeisterwahl am 15. März 2020. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Vielen Dank.